hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde hier zu pokémon alpha saphir ja wir sind zurück auf legendäre jagd und ich muss kurz beide pokémon wechseln die richtigen mitnehmen bin ganz spontan jetzt hier in die aufnahme rein um das nächste legendäre pokémon zu fangen wir haben dienstagabend kurz vor knapp das mittwoch ist mein ganz tag unterwegs arbeitet so kennt ihr in der arbeit bis so einmal wollten so mitnehmen so einmal megatron megatron genau megatron megatron und einmal gerade war denn wir wollen das nächste legendäre pokémon fangen letzten paar haben ja auch schon wieder zwei gefangen ich glaube es ist immer weniger zuerst mal er und flotte einmal hoch denn er erinnert an die namenlose ebene dass immer der pokémon erscheint einen bestimmten tag heute ist die stag heute sollte ein anderes pokémon kommen granite hölle will ich nicht ich will auf die namenlose ebene ist hier an er nicht ganz toll versteckt namenlose ebene und abwärts und gelandet ja gut namenlose ebene du spürst ein kraftvollen blick der dich fast schon zu rufen scheint ja wer wartet auf uns auf jeden fall ein kampf pokémon ist auf uns wartet gute frage was ich da einsetzt denn es ist egal was ich mache scheiße ich fange glaube ich mit karipas an glück mit einem eistrahl dass es einfriert oder ich es umringe mal gucken ein geheimnisvoller regnet der luft müssen ergehen ja nächstes legendäres pokémon hallo terakium ja das ist unser nächstes pokémon das dienstags freitags und sonntags habe ich erscheint sowas ungefähr so steinhagel machst du mein freund es tut ein bisschen weh aber ich mache ich mache nicht so viel schaden aber ich freue mich auch leider nicht ein heimzahlung das ist nicht so toll weil da machst du den bollhelm nämlich ein bisschen schaden komm jetzt frieren ein frieren einfach ein ach schade ich werde ihn aber jetzt nicht mehr angreifen damit er wird sich auf jeden fall selber schaden zufügen von der heimzahlung fans das macht kein schaden an freund gut das ist prima da werde ich kurz tauschen kommt zurück karipas und die nächste war steht bereit schwertanz kann das natürlich auch aber es interessiert mich einfach nicht denn ich bin der big boss und ich werfe einfach weiter bälle ich muss bald wieder neue bälle kaufen ganz toll jetzt bleibt einfach im ball aber ganz schnelle ruhe mein freund schwertanz ohje terakium macht sich hier ganz schön fett hey der macht sich ganz schön hier hier auf weiter hipperwelle ganz gechillt ganz relaxed ganz cool werfe ich weiter hipperwelle aber leider bleibt er einfach nicht drin sanktoklinge das tut mir weh ja tschüss wie schocks das war nix das war ein satz mit nix nämlich das war wohl nix so korax bleibt mal als boll ein bisschen stehen wirst zwar nicht viel aushalten aber vielleicht zwei angreifen das kommt ganz gut so weiter bälle und es wackelt nicht einmal schwertanz die dritte ah ah bäm nein so nicht so nicht mein freund weiter über ball los bäm zack und ball bleibt er drinnen wow terakium wurde gefangen und registriert im pokédex zack terrakium registriert eine höhle eine legende besungen pokémon mit seinem einzigen atemkräften stört es zum schutz der pokémon ein schloss das nächste pokémon haben wir im sack im ball wie auch immer so wir fliegen wieder in die lüfte viele stehen nicht mehr an das sind glaube ich nur noch weil ich mich erinnere 34 also die vier golems wo fehlt denn einer noch mal auf namenlose ebene der kommt morgen ein mittwoch als für euch dann ja wieder ein anderer part für mich ist es morgen und dann fehlen auch chrysalia die kommt aber nur wenn man glück hat das ist wirklich purer lacke wenn die kommt da muss die insel stimmen das ist glaube ich auch nicht die insel nein wunderbar nein und dann fehlen noch verfehlt er noch aber wir können jetzt jemand anders fangen gehen ich glaube das mache ich vom aus city abwärts und back einmal rein baum aus und city und hier eine bohmer topfit dann mach mal bitte hoffentlich kommst du bald wieder pokémon bewegen wir brauchen nicht mehr dich brauchen wir leider nicht mehr gar der wo auch nicht mehr und meter groß auch nicht wenn wir brauchen ist auf jeden fall die alger muss ich in die andere box palkia und noch ein mit denen ich angreifen kann nehme ich ihn mit oder ja mussten die zwei sein soweit ich weiß ja aber erstmal muss ich noch bälle kaufen weil mit 20 bällen wird es ein bisschen eng und mein geld geht langsam bach runter und dann brauchen wir für die arena am ende noch so viele tränke auf jeden fall denn die pokémon liga wird auf jeden fall noch ziemlich heftig werden wo war denn der markt hier gab es überhaupt einen ach scheiße der war ja drüben aha wo lauf ich denn hin wo lauter quatschen man zieht bei hier die part wieder in die länge ist doch unglaublich runter hier gibt es einen markt hier unten müsste auch sein jo einmal rein einmal rein einmal rein willkommen wir brauchen ein paar bälle mein freund 20 muss reichen oh je oh je so wir speichern kurz speichervorgang ist abgeschlossen wir gehen einmal auf wieder eon flöte so dann müsste wieder am himmel genau wieder so ein riss auftauchen gespeichert habe ich ja gespeichert habe ich und wir werden hier in den riss rein fliegen ein großer spalter mit durch ihn hindurch kannst du eine sonderbare zerre welt sehen müsste im spalt fliegen ja diese musik garantina erscheint und erscheint nur wenn er durch die allga und park ihr dabei habt der zwinger das mächtige geist typ da mit der gruseligen muke hat aber nur ja die mucke oh ich mache sehr effektiv ach schade verschwindet er verschwindet er verschwindet auf jeden fall problem ist jetzt es ist alles blöd egal was ich mache ich weiß nämlich nicht ich dürfte eigentlich nicht umbringen normalerweise bollenhelm wird den schaden machen eisstrau darf die nicht umbringen weil je nachdem wie viel bollenhelm jetzt schaden macht aua ja nicht hier ok eisstrau aaaaaa bäms na schade und wenn er mich jetzt noch einmal angreift hat auf jeden fall der bollenhelm noch seine fähigkeit und wird den noch am leben lassen so jetzt habe ich einfach mal bälle in hoffnung dass er einfach drin bleibt oder auch nicht aaaaaa bürde ok deine bürde mach deine bürde aaaaaa nächstes pokémon nächster pokémon aaaaaa und der bleibt nicht drin schmicker kauft aaaaaa ich kann kein ball werfen das ist schlecht und wenn ich angreife stirbt er ganz frech kann ich einen ball werfen nein oder wahrscheinlich nicht deswegen habe ich einen wieder ball natürlich dann heile ich mich so kp heilung weil ich nichts besseres zu tun habe zack kp heilung rum aber pokémon legs gibt es das oder liegt es an dem mystischen pokémon der da drüben gegenüber steht überball fang es einfach genau 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 ja geratina ist unser und ein eintrag in dem pokédex registriert rebell es wurde aufgrund seines verhaltens verbannt aus der zerwelt schaut es auf die alte welt oh ja und geratina ist unser und wieder ein legendäres pokémon weniger und wir landen hier juhu ging ja schnell die zwei die haben nicht wirklich genervt das ist super so muss es doch immer laufen dann würde ich aber sagen das war es mit dem part wir haben nicht mehr viel auf der liste ja und ich hoffe ihr seid im nächsten mal wieder dabei wenn wir wieder weitere legendäre pokémon fahren ja lasst einen daumen da lasst einen kommentar da ja und bis zum nächsten mal ciao ciao ciao